Also ich bin der Erwin-Jan Steinhammer. Ich bin nicht beim Forum Informationsfreiheit. Also ich mache jetzt Werbung für Sie, obwohl ich nicht bei denen bin. Und zwar, weil es mir um ein persönliches wichtiges Anliegen geht, nämlich um mehr Transparenz in der Politik. Und nachdem ich gesehen habe, dass eben niemand vom Forum Informationsfreiheit heute da ist, obwohl sie das heute eben gestartet haben, möchte ich das kurz vorstellen. Und zwar das Transparenzgesetz Plus, aus Grund vom Anlass durch den Ibiza-Skandal, vermutlich auch durch den BVT-Skandal und weil das Forum Informationsfreiheit schon seit 2013 versucht, das Amtsgeheimnis abzuschaffen, haben sie jetzt eine neue Petition gestartet, eben heute. Sie hat jetzt schon 527 Unterstützerinnen und Unterstützer. Und es gibt drei Themen, die sie fordern. Das eine ist eben Klarheit über die Finanzen von Parteien, wo die Einnahmen kommen etc. Das zweite ist Kontrolle. Das ist einerseits durch den Rechnungshof, durch die Staatsanwaltschaft. Und das dritte ist eben dieser klassische Punkt mit Abschaffung vom Amtsgeheimnis durch Bürgerinnen und Bürger und dem Recht auf Transparenz vor Behörden. Und das dritte sind die Konsequenzen. Also, dass Parteien, die die Parteienfinanzierung überziehen etc. auch wirksame Strafen bekommen. Und die Petition ist eben heute unter petition.informationsfreiheit.at online gegangen und es würde mich freuen, wenn es relativ viele Leute gibt, die hier dieses Thema ebenfalls für wichtig empfinden und darum diese Petition unterstützen oder verbreiten. Ich probiere es gerade zu verbreiten, wie ihr seht es. Und ja, danke. Eben um auf die Politik nochmal ein bisschen Druck und Schwung auszurichten in dieses Thema. Wäre ein schönes Projekt für die Übergangsregierung jetzt.